Bei mir war es immer so, dass mein fahrerisches Können die Grenze war von dem, was mit der Motorrad möglich war. Bei der Enfield ist es so, ich kann mehr als das Motorrad. Das heißt, wenn ich mit der Enfield wirklich am Maximum bin, was der Motor und das Fahrwerk hergibt und das ist halt sehr früh erreicht, bin ich schon voll auf diesem On-The-Edge-Feeling und das ist ein total geiler Kick. The unbeatable, indestructible and innovative all-better motorcycle Royal Enfield. Build like a cannon Runs like a bullet Heroic Riders Riding Heroic Bikes Do they sometimes elegantly fail? Mere cosmetical issues, of course. Mere cosmetical issues, of course. Riding Heroic Bikes Quit dreaming, start a real life. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.